so stimmbänder wieder freigekratzt ich bin wieder zurück aus der kleinen pause und es geht weiter mit am simulator 22 und am hafen in der nordfriesischen marx die es noch nie mitgekriegt haben ich bin leider wieder gesund dementsprechend sind die pausen heute ein bisschen länger die einzelnen stücke dazwischen ein bisschen kürzer und der ganze stream hat sich jetzt auch aber ich wollte nicht ganz ohne bleiben wollte deswegen wenigstens ein kleiner stream mit euch so da war dann geht es direkt weiter würde ich sagen wir schauen uns mal jetzt an was fertig ist noch mal und bringen jetzt erst mal den ganzen käse weg das kommt weg ja dringend weg in durch in 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 So. aber ich habe eine mehrere vorgewände gebastelt oder stroh ist denn hier noch drin er fährt immer noch älter vater ist doch gar einmal blick werfen hier immer noch 2300 2,3 millionen stroh drin auf einmal kurz den staub darunter sprühen und sie ist vorne ganz gut in dem schwarz ist so ganz langsam verschwindet ja jetzt ist weg er sieht man es natürlich besonders gut auf den kurzflügeln aber der trecker ist irgendwie mal schneller sauber so der hat hier fertig up to field 50 feld 50 diesmal auch die feldspritze nehmen bitte nicht die dünger streue da darf ich anfangen schon mal wieder ausfahren bügelchen feld 50 Wunderbar, er rollt sich ein zurecht. Da probieren wir aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind aber auch Strecken hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind aber auch Strecken hier. Sind aber auch Strecken hier. Sind aber auch Strecken hier. So, wir wollen mal weiter gucken. Und das ist ja praktisch, der weg muss. Auf dem Feld links habe ich Hafer, richtig? Das ist nämlich noch ein Rand, der ist nicht fertig, weil das bei dem Kurs, den ich da gebaut habe, nicht funktioniert. Ist aber nicht schlimm. Wichtig ist, dass der Rest vom Feld dadurch perfekt fertig ist. Oh, Hafer. Hafer? Hafer? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fast ganz gerade gefahren und ordentlich. Oh, fast ganz gerade gefahren. Sorry. Der Frosch musste raus. Der Frosch musste raus. Der Frosch musste raus. Der Frosch musste raus. So. Der sieht ja wieder blitzeblank aus. Okay. 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 Vielen Dank. 50, ja. 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 Dann bleibt ja nur noch das Silo 1. Marek? Marek? ich hätte jetzt gedacht er heizt einfach durch ok mann da sieht es auch gut aus aber mir fehlt doch noch ein dann noch irgendwo dünner beziehungsweise da auffällt 29 meine ich 29 und auf 77 aber 29 erst reingeheizt 29 spritze jetzt aber genau ja 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 jetzt aber jetzt aber ich bin mir nicht sicher was der tut doch den habe ich ja extra brücken gebaut hier ja 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 schon ja ja ein sehr individuellen sound kn Musik ja Vielen Dank. Vielen Dank. So, der ist fleißig. So, der gleich durch ist hier, dann muss der Opferld 77. So, der ist fleißig. So, der darf jetzt erstmal zur 36 rum. So, der ist fleißig. So, der ist fleißig. So, der ist fleißig. So, der ist fleißig. So, der schon ausgerüstet ist wie Panzerpioniere. So, der ist fleißig. 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 Geht ja. Krasses Teil. Ich bin mir jetzt immer vorsichtig gefahren. So schräg am Hang und so, wenn ich mal irgendwo runter gefahren bin. Das mache ich aber nicht öfter. Das sieht doof aus. Fett Spritze brauche ich nicht. Baumwolle. Ne. Auf Fett 36 brauche ich noch einen Düngerstreuer. Kurs. Top erstellen. Stellposition. Ruhm. Augewendig machen. Darf auch. Minus 3 von mir aus. Oh nein. 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 Oh. Oh nein. Okay. Einfach mal machen das. So, hier schwenken wir noch ein paar um, auf Güne-Weine-Stahl-2 erstmal. Immer wenn ich den Versuch von direkt nach der Haare schräg rüberfahren zu lassen, sagt er immer, er findet keinen Kurs, bei dem das wahrscheinlich zu nahe ist und er einfach sagt, nö, einmal quer bei den Map fahren dafür, mache ich nicht. So, sauber. Hat immer noch was zu fahren, der auch. Krass. Und der kann wieder weg. So. 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 Vielen Dank. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Ich bin zu weit. 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 Ich habe das da mit dem da verwechselt. Ich bin zu weit. 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 Ich bin zu weit.